Hallo, ich bin der Wari und ich bin wieder mal in Klinsdorf. Ich habe hier vor einigen Monaten eine Kamera aufgehangen und man sieht, es liegt überall ein bisschen Schnee. Es hat nämlich letzte Nacht mächtig geschneit. Gestern lag noch kein Schnee in der Gegend hier. Gehen wir mal rein in den Wald. Aal hätte ich jetzt fast gesagt. Oh Gott, die ist zugefroren. Hoffentlich ist das Schloss nicht eingefroren. Aber das sind relativ gute Schlösser. Burgwächter, Alu, Titan. Siehst du, geht sofort auf. Geht sie denn noch an? Die Kamera geht noch an. Replay. Erste Aufnahme ist vom 7.6. Die hing ein halbes Jahr hier. Alter Schwede. Ich habe jetzt nicht alles gesehen. Die Batterien sind auch runter. Die letzten Aufnahmen werden vielleicht auch nichts geworden sein. Vielleicht nur ganz kurz, zwei, drei Sekunden oder so. Diese Kamera baue ich jetzt hier ab, weil hier kommt jetzt eine andere Kamera hin und zwar die Kampak TC24. Die Aufnahmen von der CY70 von Ciumo, die zeige ich euch jetzt natürlich. Ein halbes Jahr hingen die hier. Also viel Spaß beim Zuschauen. Wir haben jetzt nicht mehr. Wir sind jetzt noch 1,8 bis zum nächsten Mal. Wir sind hier wieder. Wir sind noch mal. Hier haben wir auch schon mal. Die 박berer zieht sich jetzt, dass wir schon mal die rein. Wir finden, dass wir die Kampak TC24 fortführen wollen. Wir haben hier auch ein halbes Jahr. Dr. Grundmann, wir haben hier auch schon mal. Wir sind hier wieder. Und dann kommen die Oberfläche. Wir haben hier ist schon ein halbes Jahrhund. Wir sind hier. Und wir müssen jetzt hier. Ich habe hier. Hier unter der Kampak TC24. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020